Ihr seid neu in der Virtual Reality und interessiert euch jetzt für die wichtigsten Infos zum Einstieg? In diesem Video stelle ich euch kurz und knapp die wesentlichen Tipps und Tricks vor, die mir beim Einstieg in die Virtual Reality am besten geholfen haben. Zu vielen dieser Tipps und Tricks habe ich ausführliche Videos gemacht, auf die ich an der entsprechenden Stelle und in der Videobeschreibung aufmerksam mache. Solltet ihr euch also für weitere Tipps und Tricks interessieren, hilft einen Blick in die Videobeschreibung oder bleibt bis zum Ende dran. In der Endcard stelle ich euch weitere Videos zu den besten Tipps und Tricks zu den jeweiligen VR-Headsets vor. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Tipp 1. Nutzt eine Mathe zur Orientierung Die Virtual Reality soll uns voll und ganz in ihren Bann ziehen und in der Immersion versinken lassen. Dabei kann es dann schon mal passieren, dass man die Orientierung im Raum, in dem man sich befindet, komplett verliert. Mir ist es schon etliche Male passiert, dass ich gegen eine Wand geschlagen, eine Flasche oder ein volles Glas umgeworfen oder sogar in den Fernseher geboxt habe. Allgemein kann ich empfehlen, den Guardian bzw. die Spielfeldbegrenzung nicht direkt bis zur Wand einzurichten. Lasst doch ein paar Zentimeter Platz, dann werdet ihr früher gewarnt. Häufig könnt ihr auch die Empfindlichkeit des Guardians in den Einstellungen verändern, sodass euch die Begrenzung früher oder weniger früh eingeblendet wird. Als weitere Hilfe kann ich euch einen kleinen runden Teppich empfehlen, den es bei diversen Möbelhäusern oder Online-Bestelldiensten zu verschiedenen Preisen gibt. Achtet hierbei unbedingt darauf, dass dieser Teppich eine rutschfeste Unterseite hat. Durch den Teppich wisst ihr dann immer, wann ihr zentral in eurem Spielbereich steht und wann ihr auf Reisen geht innerhalb eurer Spielfeldbegrenzung. Einen Link zu einem passenden Teppich habe ich euch in der Videobeschreibung hinterlegt. Hierbei handelt es sich um einen Affiliate-Link. Das bedeutet, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ich werde aber prozentual zu einem gewissen Anteil am Kaufpreis beteiligt, sodass ihr durch den Kauf über diesen Link die Zockstube unterstützt. Der zweite Tipp, passt auf die Sonne auf. Wusstet ihr, dass man mit Sonnenlicht einer Lupe und etwas getrocknetem Gras Feuer machen kann? Durch die Wölbung der Linse verändern die Sonnenstrahlen ihre Richtung so, dass sie beim Austritt zusammenlaufen. Der Treffpunkt der Lichtstrahlen wird dabei Brennpunkt genannt. Was das mit eurer Virtual-Reality-Brille zu tun hat, fragt ihr euch? Eine VR-Brille hat auch eine Art Lupen. Trifft Sonnenlicht auf die Linsen, werden die Sonnenstrahlen ebenfalls gebündelt, nur dass sie euer VR-Headset nicht in Flammen aufgehen lassen, sondern schlicht und ergreifend das Display ausbrennen und damit unbenutzbar machen. Also entweder niemals eure VR-Brille mit den Linsen Richtung Fenster liegen lassen oder ihr verwendet einen Linsenschutz, der bereits für ab 8,99 Euro verfügbar ist. Auch hier habe ich euch einen entsprechenden Filiet-Link in der Videobeschreibung hinterlegt. Punkt 3. Motion Sickness Motion Sickness, auch bekannt als Reisekrankheit oder Bewegungsübelkeit, ist eine Art von Übelkeit, die durch Bewegung verursacht wird. Es tritt auf, wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was das Auge sieht und was das Innenohr spürt. In Bezug auf die Virtual Reality kann Motion Sickness auftreten, wenn die virtuelle Umgebung schnelle Bewegungen, Drehungen oder schnelle Veränderungen in der Perspektive erzeugt, die nicht mit den Bewegungen des Körpers übereinstimmen. Wenn dein Auge beispielsweise sieht, dass du dich in einer schnellen Achterbahn befindest, aber dein Körper still steht, kann das dazu führen, dass du dich übel fühlst. Deswegen habe ich ein ausführliches Video erstellt, in dem ich hilfreiche Tipps gebe, wie ihr Motion Sickness verringern oder vermeiden könnt. Für Leute, die noch nie in der Virtual Reality unterwegs waren, keine Sorge, das soll hier keine Warnung sein. Jeder nimmt die Virtual Reality anders wahr. Mit vielen der Tipps haben bereits eine Menge der Nutzer gute Erfahrungen gesammelt. Und nach ein bisschen Übung verlieren die meisten, wenn sie überhaupt mit Motion Sickness zu kämpfen haben, die Übelkeit vollständig. Das entsprechende Video mit allen ausführlichen Tipps und Tricks findet ihr in der Videobeschreibung. Und eine kleine Info am Rande. Auch ich hatte am Anfang mit Motion Sickness zu kämpfen. Nummer 4. Achtet auf euren Akku. Dieser Tipp gilt für all diejenigen, die eine VR-Brille mit einem integrierten Akku haben. Ich habe schon häufig gehört, dass es gut für einen Akku wäre, ihn bis zu 100% zu laden. Und das ist falsch. Besonders das Aufladen zwischen 80 und 100% ist besonders akkuschädigend und wird auch als Sättigungsladung bezeichnet. Bei der Sättigungsladung oder im Englischen auch Saturation Charge genannt, kommt es zu einer besonders hohen Stromspannung, die dem Akku schaden kann. Deswegen mein Akku-Tipp Nummer 1. Ladet eure Quest am besten nicht über 80% auf. Lieber mal häufiger zwischendurch. Wenn ihr euch für weitere Akku-Tipps interessiert, empfehle ich euch das Video in der Beschreibung. Dort habe ich viele weitere Tipps zusammengefasst, wie ihr euren Akku schonen könnt. Nummer 5. Einrichtung des Guardians. Die meisten Virtual Reality Headsets nutzen eine Spielfeldbegrenzung. Diese heißt je nach Hersteller anders. Manchmal ist es einfach nur die Spielfeldbegrenzung. Bei Meta ist es beispielsweise der Guardian. Dieser hilft euch dabei, dass ihr nicht ungewollt eure Wohnung umdekoriert während des VR-Spielens und ihr euren festgelegten Spielbereich nicht verlasst. Obwohl der Guardian euch dabei hilft, die Spielfeldgrenzen nicht zu überschreiten, kann es sinnvoll sein, sich zusätzlich etwas Orientierung zu verschaffen. Hierfür habe ich ein paar ergänzende Tipps zum Roomscale. Wie bereits zuvor dargestellt, würde ich euch empfehlen, einen runden Teppich zu nutzen. Zeichnet die Spielfeldbegrenzung außerdem nicht bis zur Wand bzw. bis zum Fernseher ein, sondern lasst ein bisschen Platz, so werdet ihr rechtzeitig gewarnt. Außerdem empfehle ich euch, einen Zacken in den Guardian zu machen. Solltet ihr dann einmal die Guardian-Grenze erreicht haben, wird euch der Guardian eingeblendet und durch die Form des Guardians wisst ihr dann immer, in welche Richtung ihr gerade steht. Nummer 6. Die besten VR-Games. Inzwischen gibt es eine wahre Fülle an Games und Apps für die Virtual Reality. Damit ihr den Überblick im App-Dschungel behaltet, führe ich jedes Jahr ein Community-Voting durch, in dem die beliebtesten Apps in der Virtual Reality gekürt werden. Hier will ich allerdings nicht zu viel spoilern und empfehle euch bei Interesse das Video in der Beschreibung. Dort findet ihr viele tolle Games, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Punkt 7. Virtual Reality Games und die deutsche Sprache. Vielen Zuschauern ist die deutsche Sprachfassung in den Games sehr wichtig. Daher habe ich mich dazu entschieden, euch ein paar Titel vorzustellen, die eine deutsche Sprachfassung haben. So verfügen beispielsweise Shadowpoint, Moss oder Drop Dead Dual Strike über eine deutsche Sprachfassung. Wollt ihr mehr Games in deutscher Sprache kennenlernen, dann solltet ihr euch ebenfalls das verlinkte Video in der Beschreibung ansehen. Nummer 8. Welches Headset? Eine zentrale Frage, bevor ihr in die Virtual Reality einsteigt. Welche Art von VR-Brille ist denn überhaupt etwas für mich? Und zum Zeitpunkt dieses Videos lässt sich der VR-Markt in grob drei Segmente unterteilen. Den Standalone-Bereich, den Gaming-Konsolen-Bereich mit VR-Unterstützung und das PC-VR-Segment. Alle drei Varianten unterscheiden sich sowohl in ihrem Preis, aber auch der Leistung. So bietet der Standalone-Markt, der momentan von der MetaQuest beherrscht wird, den günstigsten Einstieg in die Virtual Reality mit beeindruckenden Games und Apps und das ganz ohne Kabel und ohne teuren PC. Hier geht es bereits ab 450 Euro los und es gibt eine große Auswahl an Games, die ihr im MetaQuest-Store findet. Interessiert ihr euch für eine MetaQuest? Dann schaut doch mal in der Videobeschreibung. Auch hier habe ich euch einen Affiliate-Link hinterlegt. Für die PlayStation VR 2 benötigt ihr eine PlayStation 5 für rund 500 Euro. Dann könnt ihr euch für 600 Euro eine PlayStation VR 2 kaufen. Dadurch steht euch natürlich die gesamte Rechenpower der PS5 zur Verfügung, allerdings nur kabelgebunden. Im PC-VR-Segment sind leistungsmäßig keine Grenzen gesetzt, preismäßig aber auch nicht. Hier könnt ihr euer Setup beliebig upgraden. Grundsätzlich funktioniert PC-VR auch kabelgebunden, es sei denn, ihr habt zum Beispiel ein Standalone-Headset wie die MetaQuest 2. Dann könnt ihr auch hochwertige PC-VR-Titel Wireless spielen. Wenn ihr euch für ein ausführliches Video hierzu interessiert, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Anlässlich des Releases der PlayStation 4 R2 habe ich ein umfangreiches Video gemacht und alle Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme dargestellt. Punkt 9. Nutzt die Community Habt ihr Probleme mit eurem Virtual-Reality-Headset oder seid auf der Suche nach einem Multiplayer-Match, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Auf dem Discord der Zockstube befinden sich zum Zeitpunkt des Videos rund 4000 Virtual-Reality-Nutzer, die für Multiplayer-Matches oder technische Fragen da sind. Zudem sind wir inzwischen offizieller Discord-Partner im Thema Virtual-Reality in Deutschland. Also der perfekte Ort, um sich über die Virtual-Reality auszutauschen und Mitspieler zu finden. Den Link zum Discord, ihr werdet es fast ahnen, findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Punkt 10. Sehstärke-Linsen Ihr seid Brillenträger und euch ist es zu lästig oder unbequem, die Brille während des VR-Zockens aufzubehalten? Dann nutzt doch Korrekturlinsen für euer Virtual-Reality-Headset. Diese lassen sich anpassen und gleichen daher eure individuelle Sehschwäche aus. Gleichzeitig gibt es noch eine Entspiegelungs- und Blaulichtfilterfunktion. Ein Hersteller, von dem ich schon mal Korrekturlinsen für die MetaQuest 2 vorgestellt habe, ist NasenFarad24. Ich hatte einen sehr guten Eindruck von diesen Korrekturlinsen und sie haben auch beim Spielen nicht gestört. Soweit ich weiß, bietet NasenFarad24 für so gut wie alle Virtual-Reality-Headsets Korrekturlinsen. NasenFarad erreicht ihr über den hier eingeblendeten Link. Wenn ihr beim Kauf den Code Zockstube angebt, bekommt ihr zusätzlich noch einen Rabatt. Punkt 11. Virtual-Reality-News Seit kurzem habe ich das Shorts-Format für mich entdeckt. Shorts sind einminütige Videos auf YouTube, die man schnell konsumieren und hintereinander wegschauen kann. Meine Shorts erreicht ihr über die Handy-App oder den Browser, wenn ihr auf diezockstube.de geht. In diese Shorts stecke ich sehr viel Herzblut und versuche euch Neuigkeiten aus der Virtual-Reality komprimiert zu vermitteln, denn nicht jeder hat eben Zeit, einen mehrstündigen Livestream zu schauen, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Punkt 12. Der Pass-Through-Modus Durch den Pass-Through-Modus könnt ihr euch ohne Absetzen der VR-Brille einen Überblick über eure Umgebung verschaffen. Sofern es eingestellt ist, erreicht ihr den Pass-Through-Modus beispielsweise bei der MetaQuest 2 durch das zweimalige Tippen auf den Seitenbügel. Bei der PlayStation 4R 2 ist der untere rechte Knopf am Headset für die Aktivierung des Pass-Through-Modus zuständig. So könnt ihr euch schneller einen Überblick verschaffen oder auch eine Kleinigkeit trinken. Seid ihr interessiert an weiteren Tipps? Spezielle Tipps zu eurem MetaQuest-Headset findet ihr hier auf der rechten Seite. Links findet ihr die besten Tipps und Tricks für die PlayStation 4R 2. Und jetzt seid ihr dran. Welche Kniffe habt ihr noch auf Lager? Schreibt es in die Kommentare, um die anderen Zuschauer wissen zu lassen, was noch alles möglich ist. Sollten genug Tipps zusammenkommen, mache ich gerne noch ein weiteres Video und blende eure Kommentare dazu ein. Hat euch dieses Video gefallen oder geholfen, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da.